In diesem Video geht es um die besten Geräteschuppen. Der Qualitätssieger in unserem Geräteschuppetest geht an den Timbala M343C. Ein günstig proportionierter 3,53 Quadratmeter Außenschuppen für kleine Räume. Passt perfekt gegen Zäune oder Wände. Ein Gartenschuppen mit Multifunktion Platz geeignet für Mülltonnen, Grillwerkzeuge, Spielzeug oder Fahrradaufbewahrung. Direkt vom Hersteller. Hochwertige 19 mm Paneele aus Naturholz. Eine Kombination aus Kreuz- und Natt- und Federkonstruktion bietet einen robusten und langlebigen Gartenschuppen an. Die Zusammenstellung Ihres neuen Gartenlagers ist dank der vorgeschnittenen Hölzer und der detaillierten Montageanleitung ein Kinderspiel. Ihr Schuppen wird komplett mit Dachpanelen, Filz, Befestigungen, einer Doppeltür mit Fenstern, Riegel und Zubehör geliefert. Im Gegensatz zu einem Flachdachschuppen wird der Regen abfließen und Ihre Sachen im Inneren trocken halten. Dank des haltbaren Dachfilzes und des OSB-3er Schrägdaches schützt Ihr Gartenlagerschuppen vor den Elementen. Dank der Doppeltüren werden Sie nie Schwierigkeiten haben, Ihre Sachen in dieses Gartenhaus im Freien hinein und herauszuholen. Die beiden Plexiglasfenster sorgen für Helligkeit und Sichtbarkeit. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Juskeys Metall Geräteschuppen. In dem praktischen Metallgartenhaus mit Kubikmeter Lagerfläche bringen Sie Ihre Outdoor-Möbel und Geräte sicher unter. Der Schuppen aus Feuer verzinkt im Stahlblech trotz Witterung, UV-Strahlung wie auch Verschmutzungen. Das langlebige Material ist sehr stabil, widerstandsfähig und wasserdicht. Das mitgelieferte Fundament dient dazu, Unebenheiten des Gartenbodens auszugleichen. Es ist aus Metall gefertigt und wird mit dem Rahmen verschraubt. Auf der Dachtraufe sitzt ein schickes Pultdach und punktet durch eine hohe Wetterbeständigkeit. Regenwasser kann dank der schrägen Neigung des Daches bequem nach hinten weg abfließen. Eine zweigeteilte Schiebetür öffnet Ihnen ganzjährig den Zugang zum Gerätehaus. Selbst bei hohem Schnee öffnen Sie die innen laufende Tür mühelos. Für eine gute Luftzirkulation im Innenraum sind zwei Belüftungsöffnungen an der Vorderseite des Gartenhauses angebracht. Die zirkulierende Luft kann Feuchtigkeit effektiv abführen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Geräteschuppen-Test ist der KETTA S-Rote It Out Midi. Der Store It Out Midi ist eine universelle Aufbewahrungsbox für den Außenbereich, die sich ideal für Gartengeräte, mehr und andere Geräte, Gartenmöbel und Kissen und mehr eignet. Es bietet eine trockene und belüftete Aufbewahrung, einen Hubdeckel und zwei weit öffnende Türen für einen einfachen Zugang zum Inhalt. Das langlebige Design des Store It Out Midi ist wetterbeständig, praktisch wartungsfrei und lichtbeständig. Nur eine gelegentliche leichte Wäsche ist alles, was erforderlich ist, damit es wie neu aussieht. Ein Hochleistungsboden und ein Vorhängeschloss vervollständigen das Gerät. Durch seine kompakte Form eignet sich das Store It Out für die Aufstellung im gesamten Garten auf der Terrasse, an einer Wand oder einem Zaun oder an anderer Stelle im Gras. Es ist auch so konzipiert, dass es genau unter die meisten Fensterbänke passt. Die montierten Abmessungen betragen 130 x 74 x 21 cm. Das Midi ist Teil von Keters Store It Out Familie. Wählen Sie die Größe, die für Ihre Speicheranforderungen und Ihren Gartenraum ideal ist. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.